Wir sind jetzt hier in Santa Ponsa in einer guten Anlage. Er ist zwar schon in den 70ern erbaut worden, allerdings wir haben hier schon mehrere Wohnungen gehandelt. Haben auch jetzt derzeit eine, die wir hier besitzen. Das Cisas in Santa Ponsa, sehr zentral gelegen, direkt am Meer gelegen. Herzlich willkommen zu Paul Misas Tycoon Show. Mit eigenem Pool, mit eigenem Meerzugang. Die meisten Appartements haben einen eigenen Meerblick und wir haben vor allem heute ein Penthouse, das wir uns anschauen, das sehr, sehr groß sein soll. Ich habe es vorher selbst noch nicht gesehen, einer meiner Mitarbeiter. Er sagt, er hat einen sehr, sehr guten Panoramablick. Und ja, wir warten jetzt sozusagen auf die Leute von unserem Team und schauen uns jetzt mit Kunden gemeinsam dieses Apartment an. Und ihr könnt natürlich gerne mit dabei sein. Und ja, für euch der Vorteil ohne Maske. Ja, ein sehr schönes, gut renoviertes, großes Apartment. Zusammengelegt zwei Wohnungen, wahrscheinlich eines der größten hier in der Bucht von Santa Ponsa. Du hast hier einen schönen Poolbereich, du hast direkten Meerzugang. Du hast hier einen Blick aufs Freimeer, du bist trotzdem sehr schnell da hinten am öffentlichen Strand oder im Ortskern von Santa Ponsa. Und ja, es ist alles in sehr, sehr gutem Zustand. Es ist möbliert, es ist hochwertig, renoviert auch, das heißt eigentlich aufsperren, geschmackvoll möbliert und die Konditionen sind gut. Herzlich Willkommen zu Paul Misas Tycoon Show. Dem Podcast für alle, die als Immobilieninvestoren richtig groß durchstarten möchten. Und natürlich für all diejenigen, die keine Angst vor großen Deals und hohen Renditen haben.